Lass uns auch direkt in den heutigen Newsletter rein starten. Und zwar beginnen wir zunächst mal mit dem Newsflash, dass Bitcoin tatsächlich ein neues IZ-Woch in Euro und in US-Dollar gemessen erreicht hat. Dann ein paar bullische Anzeichen, potenzielle Warnsignale, wie es potenziell von hier weitergehen könnte, das Zitat der Woche, das Meme der Woche, die wichtigsten Deadlines und wie immer gilt, alles ab meinem Portfolio. Das teile ich nur in meinem Newsletter. Falls Sie das ebenfalls interessiert, dann einfach unten gratis eintragen. Dann hast du darauf ebenfalls Zugriff. Gut, dann lass uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten. Und zwar hast du vermutlich garantiert schon mitbekommen, dass du von dem Kryptomarkt aktiv bist, dass Bitcoin in Euro und in US-Dollar gemessen ein neues IZ-Hoch erreicht hat. Historisch betrachtet ist es auch relativ früh, also Bitcoin ist relativ früh dran, denn wenn du dir hier mal die verschiedenen Zyklen anschaust, siehst du im letzten Zyklus hat es ungefähr 1079 Teil gedauert, bis zum 9-Hour-Time-High im vorletzten Zyklus ungefähr 1180. Und mittlerweile stehen wir bei 845. Das heißt historisch betrachtet so um die 300 Tage zu früh. Danach kam es auch zu einem massiven Long-Squeeze. Also Long-Squeeze heißt quasi, wenn Leute gehebelt auf steigende Preise gesetzt haben, dass die quasi liquidiert wurden und in Summe ungefähr 1,1 Milliarden an Hebelpositionen aus dem Markt herausgespült wurden. Das bislang in 2024 größte Liquidations-Event. Und der Bitcoin-Preis hat auch darauf innerhalb von 5 Stunden, also es ging relativ schnell, um rund 14% korrigiert, wurde allerdings danach relativ zügig wieder aufgekauft. Und gerade weil das so zügig aufgekauft wurde, stellt sich jetzt die Frage, naja, war es das? Ist das tatsächlich die erste Korrektur? Weil historisch betrachtet, fühlt die meistens vor der parabolischen Phase deutlich größer aus. Aber eventuell ist tatsächlich das institutionelle Kaufinteresse derzeit so groß, dass Bitcoin von hier durchmarschiert. Weil schon allein, wenn du dir mal die historischen Daten anschaust, nach dem Durchbrechen von einem Allzeithoch, hat es historisch betrachtet nur relativ kurz gedauert, bevor sich dann der Bitcoin-Preis tatsächlich verdoppelt hat. Mit März 2013 ungefähr 18 Tage, November 2013 ungefähr 10 Tage, gut, wobei ich da mir unsicher bin, in dem Fall, dass vergleichbar ist, weil damals noch die gesamte Anleiheklasse relativ klein war. Aber jetzt, März 2017 ungefähr 84 Tage und im Dezember 2020 18 Tage. Das heißt im Allgemeinen jetzt nicht unbedingt so lange, bevor dann tatsächlich sich der Preis verdoppelt hat. Es gibt auch einige bullische Anzeichen, wie beispielsweise derzeit die Zuflüsse in die Bitcoin-Spot-DTS, die gefühlt nicht aufhören, die derzeit unaufhaltsam sind. Wir hatten erst am Montag nochmal erneut einen Rekord, nachdem wir erst letzte Woche schon hier einen Rekord hatten, erneut ein Rekordvolumen mit 10 Milliarden, was an einem Tag hier gehandelt wurde. Und der ETF von BlackRock allein hat mittlerweile seit 6 Tagen hintereinander ein Trading-Volumen von über 1 Milliarde. Also sowas gab es bisher historisch betrachtet noch nie. Denn schon allein, wenn du dir mal die Zuflüsse anschaust, damals bei den Gold-ETFs, und die waren damals schon ein wirklicher Erfolg, damals sah das Ganze in etwas so aus. Das heißt, ja, es ging nach oben, allerdings relativ langsam, im Vergleich zu hier jetzt beispielsweise Bitcoin, was gefühlt wie eine Rakete nach oben geht und selbst die Erwartungen von den bullischsten Bitcoin-Enthusiasten betreffen. Also dieses Mal scheint es tatsächlich anders zu sein. Auch wenn du dir mal die Bestände anschaust von Bitcoin und Ether auf den Exchanges, die sind derzeit ebenfalls auf einem Tiefpunkt, was grundsätzlich ebenfalls ein sehr bullisches Zeichen ist, mit Ether ungefähr 11%, Bitcoin ungefähr nur 11,6%, wobei der Ether-Bestand im Vergleich zu Bitcoin noch mal deutlich mehr gesunken ist im letzten Zyklus bzw. in den letzten Jahren. Und grundsätzlich kannst du dir da merken, je geringer die Bestände auf einer Börse sind, desto besser. Weil Zuflüsse auf einer Börse signalisieren potenzielles Verkaufsinteresse, Abflüsse das genaue Gegenteil. Und wir sehen derzeit seit Monaten bzw. Jahren eigentlich nur durchgehend Abflüsse, was grundsätzlich sehr bullisch ist. Aber es ist nicht so, dass alles rosig aussieht. Wir haben beispielsweise derzeit die Situation, dass ungefähr 98% von allen Bitcoin-Investoren in Profit sind. Der Vielen-Greed-Index hat auch diese Woche zum allerersten Mal die 90 gesehen, was es historisch betrachtet im letzten Zyklus nur zweimal gab. Und zwar zum einen hier ganz kurz hier beim Mid-Top 2019, als er mehrere Monate später noch mal eine Korrektur kam von ungefähr 72% hier durch den Covid-Crash. Und dann das zweite Mal hier, das ist diese Phase hier im Bullrun 2021, wo der Preis danach eigentlich nahezu nur noch parabolisch ging. Das heißt, da stellt sich jetzt die Frage, ist es tatsächlich so, wie beim Mid-Top 2019, dass wir danach eine ordentliche Korrektur sehen oder ist es tatsächlich so, dass wir jetzt wirklich parabolisch sind und diesen Up-Run entsprechend sehen. Auch im allgemeinen Vergleich war das Sentiment im Pre-Halving-Jahr, also letztes Jahr, und bislang im Halving-Jahr, also diesem Jahr, weit überdurchschnittlich positiv. Im Pre-Halving-Jahr 2019 hatten wir durchschnittlich 59% Angst, 8% neutral, 33% Gier. Und jetzt in diesem Pre-Halving-Jahr, also letztes Jahr, waren es nur 17% Angst, 37% neutral und 45% Gier. Und dann noch das Halving-Jahr 2020, also im letzten Zyklus, da hatten wir durchschnittlich 46% Angst, 15% neutral und 39% Gier. Und jetzt in diesem Jahr bisher 0% Angst, 12% neutral und 88% Gier. In dem Chart siehst du das Ganze nochmal grafisch dargestellt. Und zwar kann ich mich persönlich noch ziemlich gut erinnern, wie sich das damals angefühlt hat, im Jahr 2018, 2019, wo Angst eigentlich so der, ja, einfach komplett dominant war. Im Vergleich jetzt zum Beispiel hier 2023 und bislang hier, wo, ja, wo es bisher einfach noch gar keine Angstphase gab. Ein weiteres, ich würde mal sagen, eher grundsätzlich bärisches Zeichen, ist die Tatsache, dass nicht nur der Bitcoin-Preis, sondern auch der Goldpreis nach oben ausgebrochen sind. Was historisch betrachtet eigentlich eher bedeutet, dass beispielsweise Leute das Vertrauen verlieren in traditionelle Investments oder beispielsweise Sorgen haben um eine höhere Inflationsrate oder auch beispielsweise bei geopolitischen Spannungen. Das heißt, dass, also dass der Goldpreis hier ausgebrochen ist, auch nicht unbedingt ein bullisches Zeichen. Der Markt sendet derzeit also gemischte Signale, dass einerseits Risk-on-Assets genauso wie Risk-off-Assets beide derzeit zu performen anfangen. Die Frage, die sich jetzt natürlich jeder stellt, ist, wie geht es von hier weiter? Und das mag sich jetzt vielleicht mal relativ banal hören, aber aus meiner Sicht ist es unglaublich wichtig, dass man das tief verinnerlicht und auch akzeptiert, dass die unbequeme Wahrheit einfach die ist, dass es derzeit absolut niemand weiß, wie es von hier weitergeht. Weil wir derzeit einfach in einer Marktphase sind, was es historisch betrachtet noch nie gab. Das heißt, die ganzen Chart-Analysten, genauso wie die ganzen Makro-Analysten, die sind genauso planungslos vor ihren Charts, weil wir derzeit einfach in so einer einmaligen historischen Phase sind. Und genau deshalb ist es auch aus meiner Sicht umso wichtiger, dass man sich derzeit einfach bei seinem eigenen Portfolio so aufstellt, dass man von allen drei möglichen Szenarien profitieren kann, wenn die Preise noch höher gehen, wenn die Preise Setwards gehen, genauso auch, wenn die Preise runtergehen. Und passend dazu mal ein paar Fragen für dich, dass du dein eigenes Portfolio reflektieren kannst. Und zwar, wärst du damit okay, wenn wir tatsächlich jetzt in den Bullrun rein starten, das heißt, eine absolut parabolische Phase entsprechend sehen. Genauso auch umgekehrt, wär's okay für dich, wenn wir tatsächlich von hier noch eine 30% Korrektur sehen. Und auch noch die zweite Frage, die aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist. Was tut dir langfristig mehr weh? Jetzt zu eher ungünstigen Preisen nachkaufen oder tatsächlich den Bullrun verpasst zu haben? Das heißt, mit den Fragen kannst du einfach mal dein eigenes Portfolio reflektieren und dir überlegen, ob du derzeit wirklich für alle Szenarien vorbereitet bist. Und damit lassen wir uns auch direkt weitermachen mit dem Zitat der Woche von Naval Ravikant, den ich persönlich sehr zu schätzen weiß. Und zwar, the older the problem, the older the solution. Da kommen wir jetzt auch schon zum Meme der Woche. Und zwar fragt hier der Sohn seinen Vater, Papst, warum heißen meine Schwester Rose? Also auf Deutsch übersetzt Rose. Und dann meinte sein Vater, naja, weil deine Mutter einfach Rosen mag. Und dann sagt er, danke. Und dann, der Vater antwortet, kein Problem. I just bit kind of trust. Gut, und damit lassen uns auch noch die wichtigsten Deadlines durchgehen. Und zwar sind es nur noch 6 Tage bis zum nächsten großen Upgrade auf Ethereum. Ungefähr 43 Tage bis zum nächsten Bitcoin-Harving-Event. 78 Tage bis zum potenziellen Launch von den Etherspot-DTFs. 8 Monate bis zu den US-Wahlen. Und ungefähr 20 Monate, sofern die Daten nicht brechen, bis wir tatsächlich historisch betrachtet, irgendwann mal Ende 2025 das nächste große Automall beziehungsweise den Peak sehen bei Bitcoin. Mein eigenes Portfolio, genauso wie meine Gedanken rund um mein Portfolio, teile ich nur in meinem Newsletter. Falls du darauf ebenfalls Zugriff haben möchtest, dann einfach unten gratis eintragen, dann hast du darauf ebenfalls Zugriff. Und hier noch zum Schluss eine konkrete Empfehlung. Und zwar bekomme ich häufiger irgendwelche Screenshots zugeschickt mit was muss ich jetzt hier machen und so weiter. Und die Screenshots sind meistens von MetaMask. Ganz ehrlich, wer heutzutage noch im DeFi Space MetaMask benutzt, der verpasst wirklich was. Also ich kann dir nur dieses Video hier empfehlen, was ich zu Rebi gemacht habe, wo man potenziell sogar noch in der Zukunft von einem Airdrop profitieren kann. Also aus meiner Ansicht, Rebi diese Wallet um das x-fache besser als MetaMask eine ganz dicke Empfehlung. in mind.